hey mein lieben und willkommen zurück hier bei captive minecraft 1 mit der lieben nicki und mir wir haben hier mal so ein ackerbau angefangen so ein kleines bisschen und uns hier schon ganz schön eingerichtet so wenig und ich habe ich habe noch knochen ja ich habe auch gerade ein bisschen geerntet hier so fünf hafer haben wir vier hafer weizen wieso sage ich eigentlich immer hafer ich verstehe es nicht aber wir haben 20 weizen wir können ja brot ohne hände machen dann ja das glaube ich vielleicht auch ganz gut so weil wir ja nichts mehr so wirklich viel zu essen haben und die tierchen würde ich gerne behalten allein das schweinchen weil wir damit ja noch fliegen müssen stimmt ja und ich mache jetzt das was ich versprochen habe in der letzten folge ich gehe nämlich darunter und töte die alle ja ich komme mit weiter weiter dann lasse ich dir die tür offen auch sehr nett alles zu ich möchte nicht dass ein tierchen hier mit hinterher kommt so ab geht nach unten ich mache die mal immer alle wieder zu einmal ich habe es gewusst wenn ich wieder runter gehe sind die wieder alle da ehrlich ach ja die geschichte ich bin vergiftet okay ich komme zwar ohne irgendwas in der hoffnung dass mein zeug noch da liegt okay ich gehe jetzt runter und für meine sachen ja ich werde mal hier so ein bisschen wieder was zu bauen so wenn jetzt noch meine fackeln dabei oh gott das war's ich bin noch ein loch tiefer gefallen zu den anderen ach du scheiße das kannst du voll knicken dann mache ich mir halt ein neues schwert schon wieder ja mir gott sei dank ohne ende stein und ja das stimmt also da müssen wir uns wirklich keine gedanken drum machen ja gut dann muss ich mal hier gucken dass wir hier irgendwie darunter kommen gleich so warte mal hier schwert schon wo war jetzt der stein ach ich weiß ja nie in welcher kiste was liegt ja ich habe sein geräumt ja ja ich mache sie mal aufguck rein denke ah ja genau und beim nächsten mal denke ich wieder vergessen war das ja ich weg information gelöscht aber die sind da vorher noch vor meinen augen gespawnt also ich glaube wirklich dass da irgendwo und das kann natürlich seine und wenn wir dann noch nicht rankommen dann ist es bestimmt total lustig wenn wir wenn wir den selben monster und immer wieder töten so ich bin wieder auf dem weg nach unten okay ausgerüstet mit dem schwert und vier fackeln so ich baue uns mal hier einen anderen weg nach unten finde ich gut schön dass du es gut findest sogar in der situation machst du alles hübsch ich glaube das ist irgendwie so zu drinnen weiß ich nicht so ich mache mal hell hier ja stirbt zum bieb und siehst du da unten ist noch das sind ziemlich viele ich mache das jetzt einfach mal zu oder muss noch ein creeper ach du hast du schon angefangen eine treppe zu bauen ja wir waren ja eigentlich noch tiefer gewesen ich weiß auch nicht irgendwie war das anscheinend zu dunkel gewesen vorhin auf jeden fall so setzen wir hier mal überall treppen hin ich töte schon mal hier im nächsten geschoss ja sonst habe ich ledermaus aus gesehen getötet aber die schuld diesmal jetzt vor schwert gelaufen bei der axt ist das ja okay aber beim schwert ja hat der zeit gelitten so wieder scheiß körper wahnsinnig wie oft gestärmt hier hat sich so jetzt mache ich erstmal da hier so hier ist ein dungeon okay hinter mir war auch ein creeper das das gibt es noch nicht direkt noch paar zombies wo ich habe nur noch ein herz scheiße oh ja die zombies die spawner irgendwie durch die wand durch ja da wenn du wie gesagt nach unten gehst da sind das ist ein dungeon das habe ich gesehen gehabt oder irgendwie was anderes auf jeden fall sind da halt diese bemosten steine auch zombie gehen wir doch jetzt nicht auf den zeiger hier ich mache gerade was anderes er will doch nur spielen und wieder online das ist so oft spiderman nein böse spinne schon wieder komm jetzt lass mich doch mal hier in ruhe mensch ich habe da vorne versucht gehabt also ein stück weiter rechts da zuzubauen aber es hat nicht ganz funktioniert so ich komme schon ein bisschen weiter wieder runter ich habe eine spinne getot gemacht getot gemacht ja und jetzt mein ich ein skelett tot wenn er kommt oder ein creeper ist auch tot und noch ein creeper und der stirbt auch wunderbar ich habe einen lauf da liegen meine sachen ich habe mal hell gemacht da unten so in meine sachen da ist mein schwert los los ich geh runter los ja ich habe alles wieder oh gott ein creeper oh lol ist er tot nein es wird dir gleich nicht gerecht neben dir ja ich hab's ich hab's ich hab's weg oh halleluja sag mal was sind die für viecher und so ich leuchte aus ich leuchte aus im tempo es ist alles hell wir haben es geschafft wahnsinn ladies and gentlemen die anstrengendste runde mein kopf ja auf jeden fall alleine egal wie oft wir gestorben sind da fahren wir jetzt eisen und auf welche ebene sind wir denn jetzt 30 ok da fehlt noch ein stück bis zum diamant aber das kriegen wir auch noch hin ja auf jeden fall und ich hoffe jetzt müssten wir dürfen wir auch nicht mehr so oft sterben ja wer weiß das sehen wir dann wenn wir noch eine ebene tiefer gehen ja das denke ich auch ich höre nämlich auch immer noch zombies also sehen immer noch genügend auf jeden fall wird es einen dungeon sein das kann ich mir gut vorstellen ja das glaube ich auch aber ich finde es auch unfair dieses gemischte also wenn er zum beispiel 20 zombies werden ist es aber nicht so schlimm wie drei zombies zwei creeper drei hexen und ja irgendwie und ein skelett oder so ich baue mich jetzt einfach mal weiter unter runter viel spaß danke rufe mich wenn du auf monster triffst alles klar hallo katze haben wir das gerade gehört ja so und ich mache hier ein bisschen schön das ist aber schön jetzt übernimmt nikit die aufgabe ja genau mach ich schön ich habe gold gefunden gold ja ok sehr cool ja für unser gold apple ah ja ich gehe mal nach oben und machen unseren april ich habe in der zeit mal ein bisschen hier rum denn kommen wir vielleicht auch schon zum dungeon eingang nein du kommst jetzt nicht auf den schoß nein ich will nicht mit dir kuscheln als beleidigt ja ich habe da noch eine tolle ebene gefunden ich sehe 45 creeper und zwei zombies und die sehen alle böse aus ich komme jetzt erstmal wieder hoch weil ich habe sowieso keine fackeln mehr da einmal ja ich habe ja schon wieder vier knochen ich mache mal ein bisschen weizen sehr schön unser schwein war übrigens gerade hier drin im garten das ist unschön böses schwein perfekt wie mache ich denn da jetzt wie sowas hast du nie wie ich nuggets mache ach so gut ich brauche doch nuggets für einen apfel oder nicht ja aber du hast doch unten gold gefunden oder ja ja aber ich wollte gerade fragen wie ich ein nugget mache ich check es nicht ja ich mache mal zwei brote aus dem nugget kriegt man ach so man kriegt essen weil was ich kann nicht verstehe ist wir hatten ja nuggets und das was du unten gefunden hast war was war das das war ja dann normales gold genau warum du dann nuggets machen wolltest weil man ja keine nuggets braucht für das sondern was anderes ja wusste ich auch gerade oder habe ich gerade gemerkt ich dachte man braucht nur nuggets oben ach so ja deswegen das hat mich so ein bisschen ich habe doch jetzt ein gold apfel gemacht warum ist keine ruhe schafft freigeschaltet wurden aber echt option hattest du die auch schon übermäßig stelle einen notch apfel her er ernsthaft zum richtigen richtigen vor müssen wir dafür gold finden für wo sollen wir das herkriegen das freut mich auch vor allem wir haben jetzt dieses eine gold was ich gefunden habe das haben wir jetzt gerade schon aufgebraucht ich hoffe es gibt ja noch genug äpfel krass okay damit hätte ich das nicht gerechnet und woher haben wir eigentlich glowstone staub weiß ich nicht bestimmt von der hexe würde ich sagen ne ah ja das kann sein und den ober op apfel macht man mit gold blöcken blöcken genau und wenn du dann wieder unten bist glaube ich können wir einmal die folge beenden scheiße wo war der der war unten auf ebene gewesen ach ne leute ich habe doch hier ausgeleuchtet warum kommt ihr alle hier wieder her kann doch nicht sein creeper zombie hexe alles da und der creeper hat ein schönes schönes ding star in die luft oder was schon wieder nicht die treppe sondern der raum an sich und ich bin vergiftet danke hexe ich glaube sie sind von hier unten gekommen ach so hex eher so ich bin gleich halb tot halbes herz aber ich habe wieder glowstone staub und schwarz pulver bekommen okay das ist natürlich cool ich habe ist das zucker ich habe zwei zucker bekommen was auch wie viel brauchen wir für einen kuchen zwei ehrlich ja einfach so kriegst ja also von von der hexe wahrscheinlich denn gerade aufgesammelt warum steht hier eigentlich der blog dann helft mich gerade voll jedes mal lauf wieder ich glaube ich vorhin gesetzt als ich fast versteckt bin so gut das bedeutet okay wie ging das jetzt noch mal drei milcheimer waren glaube ich ganz oben also ja 1 2 oder war das der hafer da oben war ja drei milch haben dann in der mitte das ei unten drei weizen und dann und dann links und rechts noch der zucker auch geilen haben kuchen ja ein ei weizen und drei milch ja ja sehr geil geil sehr cool wir sind nur noch so ein paar felder von dem zuckerrohr entfernt so und das restliche natürlich alles erst mal wieder rein ich denke wir haben eine garten münchen oder so bekommen ein weiteres alles kann sein ja wir brauchen auf jeden fall noch eine zweite kuh damit wir die vermehren können ich werde mal einfach so dreist wie ich bin und ich habe hier gerade noch ein paar fackeln aufgestellt damit sie oben nicht dunkel wird so wir sind ja schon bei 19 minuten upsala upsala das war wohl nix ich würde sagen ja das ist dann auf jeden fall in der nächsten folge werden jetzt mal auf sonst für die folge viel zu lang und schaltet das nächste mal wieder ein bis dann ist dann